Oh man, ich brauche noch so viel Glas hierfür. Das zieht sich richtig, ey. Das ist heftig, ne, wenn man von neu anfängt, quasi. Ja, man. Schau mal wieder, wie lange doch alles dauert. Das ist echt, das ist schon ein bisschen nervig, ey. So, die reichen uns Treppen. Oh, wir haben Hunger. Wir haben Hunger, 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 Hunger. Der isst auch immer viel zu viel, finde ich, ey. Ja, der frisst am Anfang wirklich viel, ne. Der muss sich da erst dran gewöhnen, dass es nicht immer zu essen gibt. Und dann geht das. Ja, sonst gibt es Schläge. Nein, das hole ich nicht. Was meinst du, wenn Mavi hier mal anfängt, ey? Der fängt eh wieder alles mögliche anzubauen. Und bringt es nichts zu Ende. Der hat dann aber noch nie Bock, ey. Ne, nicht so wirklich. Das kannst du hier nicht bringen. Finde ich. Ja, oder? Ja, das ist schon scheiße, wenn man irgendwas anfängt und es nicht zu Ende bringt. So wie mal eine gigantische Dschungelstatue, die ich mal angefangen habe. Ja, da ist mir echt die Lust vergangen. Ich habe auch keinen Bock drauf. Da war ich auch ein bisschen überfordert. Das war ein bisschen zu viel Arbeit. Wie ich das so sehe, ey. Das ist nichts. Was wir hier gebaut haben. Ja, das ist einfach nichts. Noch ist es nichts, aber es wird ja Stück für Stück mehr. Hey, du brauchst du mal, hey, warum brauchst du ein zweites? Ja. Ein etwas größer. Gar nichts. Ich glaube, ich habe vor, dass wir so zubauen, um eine kleine Etage reinzumachen. Wo ich jetzt nicht mal nur mein Bett und sowas reinmache. Und später, wenn wir erstmal Tränke und alles haben, das wird ja noch einiges an Zeit dauern bis dahin. Oh Mann. Genug Material haben und uns vernünftig mit Erntemaschinen ernähren können. Dann baue ich mir so ein Unterwasserlager, was halt null Glasscheiben um sich herum hat. Schon wieder? Und einen Holzboden. Ja, schon wieder. Wie in der alten Map. Ich fand das so geil, einfach unterirdisch sein Lager zu haben für die verschiedenen Sachen. Ich baue einen Kerker. Du baust einen Kerker. Harrys Porno Keller. Ja, Mann. Geil. Es dauert einfach so fucking lange, bis ich mein Glas zusammenfiebe. Ja, Mann. Ich muss die ganze Zeit warten, bis ich hier Steine habe. Okay. Was wollte ich noch tun? Erde. In der Hand. Die Birken-Setzlinge. Die Birken dürfen wir mir nie aussteben. Oh, meine Bäume sind schon im Platz. Die Birken Nummer 1. Dieser Berg hier nervt mich noch so ein bisschen. Der wird noch flachgelegt, wird der. Klack weg. Kann nicht sein, ey. Moment. Nicht so viel. Bisschen Platz schaffen. Für wenigstens ein paar Bäume. Hammerfleisch interessiert mich nicht. Hier geht's in dein Leder. Hey. Danke. Zwei Wände habe ich schon. Zwei, was hast du schon? Zwei Wände. Zwei Wände? Jawohl. Machen wir was hier in der Kuh-Parade. Ja, da guckst du was. Stand Freundchen Nieder-Metzel. Birkenholz. Birkenholz. Boah, kannst du echt gar nicht viel machen, ey. Eichenholz brauche ich auch noch für die ganzen Treppenstufen, für das Dach. Das ist eine krasse Eiche. Genau, aus dem Grund hasse ich Eichen. Manchmal sind da einfach Bäume bei mit so vielen Zweigen, dass du gar nicht weißt, ob du alles abgebaut hast oder nicht. Oh, so viele Zweige. Und es geht noch höher. Das ist noch mehr, aber das ist schon der nächste Baum. Hört gar nicht mehr auf. Nö, das hört nicht mehr auf. Ey, ein Apfel. Hey, Birkenbaum-Setzlinge ohne Ende. Nice. Mö. Mö. Boah, ich hab schon da voll viel Stein, ey. Echt? Ja. Du baust dich ja auch in den Berg rein, ne? Ich glaub mir ja nicht so viel, aber schon ein bisschen. Ja, aber dann kriegst du ja natürlich immer viel Stein. Das bleibt dir dann gar nicht aus. Schon fast drei Stecks wieder. Echt? Drei Stecks? Boah. Ja. Birkenholz. Oh, Alter, hier ist schon wieder nix mehr. Birkenholz ohne Ende. Bin ich eigentlich schon wieder hingelaufen. Schon wieder ziemlich weit weg, ey. Alter, ist ja voll das gerade Plateau. Alter, sieht voll geil aus. Krass. Direkt hier im Sumpfgebiet. Kannst du das Grün schon machen, ey? Füßt dann? Ey. Ja, kann ich machen. Musst du dann bei der Aufnahme machen. Wenn du dir die anguckst. Was ist das da rum? Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist. Geh mal da hin. Es wird dunkel. Ja, geh da nicht hin. Was ist das denn? Geh mal da hin. Aber es wird dunkel. Dann geh da nicht hin. Das ist eine Sonnenblume. Oh. Ich dachte, irgendwas Spannendes. Ich dachte auch, da wäre jetzt irgendwas Neues, was ich noch gar nicht gesehen habe. Ich hoffe, ich laufe hier auch in die richtige Richtung. Das müsste die richtige Richtung sein. Ich bin schon wieder so weit weggelaufen. Ist das bei dir auch mal so? Du setzt noch einen hin und dann spawnt der einfach weg, der Block? Ja, das habe ich auch manchmal. Das ist voll kacke, Mann. Das reactet gar nicht. Du playst einen Block und der ist weg. Aber immer der letzte. Echt? Immer der letzte, der noch fehlte? Nein, es ist immer der, also der letzten, den du hast. Der ist dann immer weg. Achso. Ja, das ist total scheiße. Komm, Bier und setzt Dinge. Oh, fuck, ey. Mann, in der Tal wird uns dann so voll schon. Ja, was ist denn da hingepflanzt? Das ist Getreide. Nee, das andere da. Das ist ein Birkenbaum, setzt den. So. Der muss nur noch wachsen und geht dahin. Die laufen ja alle um die Viecher, Mann. Ja, super. Lass mal schlafen. So, gute Nacht. Erstmal ein Stück Rockstar-Gön. Acht Sand habe ich noch. Direkt rein in den Ofen. Der brennt. Der spawnt einfach weg. Läuft bei ihm. Mach ja auch immer. Bin in der Stadt spawnt wieder in der Hose. Bierken, Bretter. Eichenbretter. Ich glaube, ich weiß, was ich noch hier reinmache. Eichenbretter. Also, ein Turm. Ein Turm? Ja, wäre schon geil. So wie bei Herr der Ringe, der Truh. Jawohl. Da hast du den Block weggespawnt. Den bricht hier hin. Hier ist gerade nicht so schön offen. Nein. Im Wasser gelandet. Huch hier. Alter, die ganze Zeit war. Und bis das fertig ist, ey. Was warst du denn? Ja, auf den du schissenden Stein. Ich muss den Stein einschmissen. Ja. Na ja, das dauert natürlich ein bisschen. Ein bisschen dauert ein bisschen lange, ey. Ein bisschen lange? Mhm. Nein. Schon wieder runtergefallen. Ich brauche echt eine Leiter. Sind die fertig? Nicht alle. Lohnt sich doch nicht. Mal 8 Glas. Holzkohle rein. Nochmal eine Kohle raus. Schweinekotelett. Erstmal wieder aussortieren. Ein bisschen. Das Inventar quillt einfach immer so über und so schnell. Das ist echt krass. Ich schneide, weil dieses Kack im Etat so richtig voll wird. Aber so richtig voll. Boah, ich weiß, dass wir das mal machen können. Was denn? Ein MPC Dorf suchen. Ein MPC Dorf suchen? Wenn du genug Leder hast, dass wir vielleicht wenigstens eine Lederrüstung haben. Ja. Ja. Ja, das könnten wir auf jeden Fall machen. Ein MPC Dorf suchen. Ich bin Level 11. Ich habe schon wieder... Vorher gequatscht habe ich schon wieder ganz vergessen, was ich eigentlich hier wollte. Und zwar eine Leiter machen. Jetzt habe ich sechs Teile. Aber eigentlich ja. Leiter. Erstmal hier anbringen. Das könnte ich aber auch noch anders machen. Schon wieder einfach nicht vernünftig geplaced. Ich dachte, da steht ein Creeper aus dem Kaktus, Alter. Verwechslungsgefahr. Creeper und Kaktus. Ist doch wirklich so. Falle, grün und Kacke. Das wird ein ganz schön hohes Dach hier. Aber egal. Kann ich ja gleich schon anfangen, die nächste Etage hier reinzubasteln. Ich komme auch richtig gut voran. Und das war es mit den Stufen. Ein paar habe ich ja noch. Sollten reichen. Warum hat er denn die Leute da geplaced? Ich glaube, wir kommen jetzt auch gar nicht mehr hoch. Wird schon wieder dunkel. Äh, ja. Es wird schon wieder Nacht. Ja, toll. Ich habe nicht viel Glas und dann verhauche ich einen Block. Klack, klack, klack. Klack, klack, klack. Schon wieder einfach unten. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Hä? Hä? Alter. Was hast du denn? Ich hole mal ein Schwein hier drinne. Inselut. Ja, Mann. Das würde ich verprügeln, würde ich das. Okay. Was ist das so? Oh. Wo baue ich denn am sinnvollsten die Treppe nach oben? Direkt geradeaus. Oh, ich denke. Zu hoch. Hoppala. Untergefallen. Alter, jetzt fällt sie bis nach unten, ey. Oh, Mann. Ja, sauber passt, sauber. Das war's. Sogar mit meinen Birkenbrettern. Dann hab ich schon wieder keine Birkenbretter mehr. Alter. Fehlt sowas. Ach so viel ist das noch gar nicht. Hey. Guck nicht mal an. Mach nicht auf dem Birkenbretter. Fast gar nichts, ey. Ja, du baust doch in den Felsen rein. Ja. Das zieht sich dann alles noch ein bisschen länger, ne? Leider. Ja, und weil dieses scheiß Stein immer abwarten muss, dass das fertig ist. Okay. Das war's. Ja. cụ. Da sind die Spitz. Vielen Dank.